Um Krankheiten vorzubeugen und bis ins hohe Alter fit zu bleiben, ist Sport ein wichtiger Faktor. Mein Name ist Gregor Stumpf, ich bin Reha-Trainer von Bayer Leverkusen und ich möchte euch heute ein paar Tipps und Tricks zum Thema Sport und Gesundheit geben. Dazu habe ich euch einen meiner Spieler mitgebracht, diesmal Mitchell. Hallo, ich bin Mitchell Weiser und heute geht es um die Bodyweight-Übung. Die Bodyweight-Übungen eignen sich besonders, um sie im Alltag durchzuführen, weil wir dafür kein Equipment brauchen und den kompletten Körper mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Der Mitchell zeigt jetzt mal anhand von der klassischen Kniebeuge eine Möglichkeit, wie so eine Bodyweight-Übung aussehen könnte. Dabei geht er 90 Grad in den Knie, in die Hocke und kommt wieder in die Streckung. Die Übung dient dazu, die gesamte Beinmuskulatur zu trainieren, den unteren Rücken, eine alternative Variation ist, dass ich jetzt mal die Arme über Kopf hält. Auch hier bekommen wir jetzt eine Kräftigung im oberen Rückenbereich. Eine andere leicht umzusetzende Bodyweight-Übung ist die klassische Liegestütz. Dabei liegt der Hauptfokus auf der Rumpfmuskulatur, auf der Stützmuskulatur, Brustmuskulatur und natürlich auch der Armmuskulatur. Eine andere Variante wären hier, die Hände ein bisschen breiter zu nehmen. Jawohl, identische Ausführung, Brustrichtung Boden, Hände eng unter den Körper setzen. Und so kann man im Training eine Variation durchführen. Eine weitere Bodyweight-Übung sind die sogenannten Burpees. Das ist eine Ganzkörper-Übung, bestehend aus einer Kniebeuge, einer Liegestütze und einem Strecksprung. Der Mitchell zeigt das hier einmal. Jawohl, in die Streckung rein, wieder in die Kniebeuge, in die Stütze und den Strecksprung oben raus. Sehr gut, Körperspannung dabei halten, Rücken bleibt gerade. Okay. Regelmäßiger Sport und Bewegung ist wichtig, um gesund alt zu werden. Deswegen werden wir heute aktiv, um morgen fit zu sein.